hallo willkommen bei american baker in germany wo die zutaten deutsch sind und die bäckerin amerikanerin ich bin michelle und heute machen wir eine ganz besondere torte für ein ganz besonderes mädchen das ist eine freundin von meiner tochter und sie ist gerade acht geworden und sie wird auch getauft und sie wollte eine ganz spezifische torte haben sehr genaue vorstellungen was sie haben will sie wollte ein modell von sich selber und sie wollte ganz viele hellrose rosen auf der torte und nur zufälligerweise weiß ich dass das mädchen auch meine videos anschaut also das ist für dich leonie alles gute zum geburtstag und alles gute zur taufe also legen wir los ich habe angefangen die figur von leonie zu machen ich bin nicht die beste beim figuren modellieren also mache ich sie gerne ein bisschen stilistisch und ein wenig kawai ich machte den körper in dem ich das weiße von online kegel gerollt habe und schnitt die spitze ab dann wollte ich eine schnur und mit ein paar längen weiß für die ärmel dann benutzte ich braun elfenbein und ein wenig pinke lebensmittelfarbe um hautfarbiges von uns zu machen ich mache ein paar händen und zur info kleine händen wie diese werden niemals an den enden den ärmel alleine kleben meine strategie ist sie an das kleid zu kleben und dann die ärmel an den händen zu kleben ich wollte dass es so aussieht als ob sie ihr kleid leicht runter glättet ich habe ein bisschen für den hals drauf getan und ein zahnstocher reingetan um mehr stabilität zu geben und den kopf auf den zahnstocher dann habe ich braunes von online gemacht und einen bogen geschnitten für das haar auf den kopf und ich heute kleine schnuren braunes von online platzierte die strähnchen an den kopf dann malte ich ein einfaches gesicht mit bürgen für augen ein halb kreis für den mund und rose wangen dann machte ich sehr viele rosen verschiedene größen ich habe dieses hellrose von dort gemacht und ausgerollt ich schnitt sehr viele kreise aus und machte sie in rosen wenn ihr ein langsameres zu teuer darüber braucht wie man eine von der rosa macht schaut den link in der infobox ich habe ein paar dutzend gemacht und Weiter geht's zu dem Kuchen. Das ist ein 15 cm Vanillakuchen gefüllt und gestrichen mit Vanillaschweizer Buttercreme. Ich habe es zweimal gestrichen, damit es schön dick wurde. Dann rollte ich weißes Wunder aus und platzierte es auf die Torte. Ich glättete es und schnitt das übliche mit einem Messer ab. Ich glättete es und schnitt das übliche mit einem Messer ab. Ich benutze diese von der Pressform für die Buchstaben von Leonis Name. Dann platzierte ich es auf die Torte. Dann platzierte ich die Figur in der Mitte der Torte und ich platzierte die Blumen in Gruppen um die Torte. Die größere an das Kuchenbrett wollte ich, dass sie leicht schräg stehen. Also platzierte ich einen Ball von unten drunter, damit sie nach außen kippten. Bis hierhin sind keiner davon außer die gekippten auf die Torte geklebt. Dann rollte ich grünes Wunder aus und schnitt mit Blattausstecher eine Handvoll Blätter zwei Größen. Ich tat die Blätter unter den Rosen und benutze essbare Farbe, um die Blumen darauf zu kleben. Musik Ich bin verliebt in diese Torte. Ich finde sie sehr delikat und weiblich. Leonie war sehr glücklich damit. Sie hat darauf bestanden, dass sie die Figur selber ist. Sie fand's lustig. Wir wünschen dir das Beste zum Geburtstag und zur Taufer, Leonie. Für mehr Torten und Rezepte besucht unsere Webseite bei AmericanBakeryGermany.de. Wir sind auch auf Facebook, Instagram und TikTok. Abonniert für eine neue Torte jede Woche. Aktiviert die Glocke, um als erstes zu erfahren, wenn wir ein neues Video hochladen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020